Das sag ich Ihnen ganz genau, dass ich Ihnen vorher gesagt habe, dass ich hier jenes Mal Nächster Halt, Bürgerstraße, Linz AG, Kundenzentrum, Landesbibliothek, Kinderkulturzentrum, Kudelmutter, Theater des Kindes. Das kann nicht mehr sein, aus, es ist ja wohl damit. Es ist ja überhaupt nicht so eine Pflicht, verdammt nochmal. Sie brauchen nichts Versuchen, weil da steige ich so ein bisschen raus. Aber Sie kommen mit. Sie schaffen mir das nicht sicher nicht, wo Sie tun. Sie sind verpflichtet, mir einen Ausweis zu zeigen. Sie müssen jetzt ausmachen. Widerschauen. Wir werden es ausmachen. Wir werden es ausmachen. Wir werden es ausmachen. Bitte, bitte, unser Zugang. Wir werden es ausmachen. Sie sind verpflichtet, mir einen Ausweis zu zeigen. Langsam, kurzes Cut. Für uns gleich ist es. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. I-Ko hat's gut a Sachen. Ich kann mal aufmachen. Die Leute kommen zu uns vom Schloss oder weniger. Zu meinen Haaren! Ich hab'n Gucciher geschlossen. Zeigst mir den Ausweis! Den Ausweis! Den Ausweis! Zeigst mir den Ausweis! Das war eine lange Nacht.